Eine perfekte Szene. Dieses Traumergebnis hat die amerikanische College-Gymnastin Kathleen Ohashi bei der Collegiate Challenge in Florida erzielt. Die 21-jährige Studentin von der University of California, UCLA, begeisterte die Kampfrichter mit ihrer von Michael Jackson inspirierten Choreografie im Bodenturnen. Auf sozialen Medien wurde die Aufzeichnung ihrer Kür bereits über 20 Millionen Mal angesehen. Auch Gymnastikkollegen beurteilen Ohashis Choreografie als eine der besten Übungen, die jemals gezeigt wurden. Durch Ohashis Top-Ergebnis und die ebenfalls sehr guten Leistungen ihrer Mannschaft schaffte es das Team am Ende auf Platz 1 des Wettbewerbs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017